Hallo Borg, heide, hallo Welt, da bin ich wieder euer Lutze, wie immer am Montag. Ja, gestern hat es noch mal richtig schön geschüttet, so ganz kurz und knapp, so viel Wasser runtergekommen mit einmal, abends noch ein bisschen Gewitter. Ich glaube, das Wasser hat noch nicht erreicht, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Ja, jetzt scheint schon wieder die Sonne, der Sommer hat sich noch nicht verabschiedet und wie es weitergeht, wird uns ja Matze später noch erzählen. Ich gucke mal, was hier alles auf dem Zettel steht für diese Woche, was gewesen ist und was kommt. Was kommt, ist natürlich klar, die Gesundheitswoche vom 31.8. bis 8.9. Und da verweise ich einfach noch mal auf das Video vom letzten Montag, da haben wir das ja schon mal bekannt gegeben und natürlich ist auch die Info da drüber, was in der Gesundheitswoche alles so passiert, einschließlich dem Nähkurs, auf unserer Facebook-Seite von Borgheide News nochmal nachzulesen. Dann startet natürlich auch das Waldbad wieder ins nächste Highlight. Da geht es gar nicht mal ums Schwimmen, sondern das 10. Borgheide Quattro Beach Volleyballturnier am Sonntag, den 1.9.2019. Das ist nach einjähriger Pause jetzt wieder da und der Pokal steht schon bereit. Spielbeginn ist da um 10 Uhr und die Siegerehrung um circa 15 Uhr. So, dann geht es mal wieder um die DLRG-Ortsgruppe Borgheide. Auch dort konnte man in der Zeitung nachlesen, dass die DLRG-Ortsgruppe dringend nach einer neuen Bleibe in Borgheide sucht. Noch sitzt die DLRG ja in dem alten Gemeindehaus und wie ihr ja höchstwahrscheinlich wisst oder auch nicht, möchte die Gemeinde das Gebäude und das Grundstück dazu verkaufen. Es ist auch nicht mehr das Neueste und ich denke mal nicht mehr so richtig zeitgemäß. Jedenfalls sucht die DLRG-Ortsgruppe eine vernünftige Fläche, eine bebaubare Fläche, so um die 100 Quadratmeter, vielleicht kann ja jemand da helfen und dann möchten sie ein Gebäude errichten, zum Beispiel eine Doppelgarage mit Anbau für ein Büro, mit Sanitärtrakt und einem kleinen Versammlungsraum. Und jetzt könnte man natürlich fragen, wer ist denn die DLRG-Ortsgruppe Borgheide? Aber ehrlich, ohne die wird es keine Rettungsschwimmer geben und die sind hier überall unterwegs. Wir kommen da gleich nochmal dazu. Die sind zum Beispiel bei der Schwimmausbildung mit dem Training für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene für Rettungsschwimmerausbildung zuständig und darüber hinaus sichern die Sanitäter der DLRG-Ortsgruppe, Veranstaltungen der Gemeinde ab, engagieren sich bei den Erste-Hilfe-Kursen in der Grundschule und so weiter. Und der dritte Pfeiler ist natürlich die Mitarbeit beim Katastrophenschutz. Da gibt es natürlich dieses Fahrzeug, was sie auch irgendwo immer unterbringen müssen. Und die Notwendigkeit dieser Tätigkeit konnte ja im letzten Jahr bei den Waldbränden in Fichtenwalde miterlebt werden. Ja, also wie gesagt, wenn jemand helfen kann. Sie haben natürlich ein paar kleine Wünsche, das kann man nicht immer erfüllen. Das wäre die Nähe zu Feuerwehr und Waldbad. Das wird höchstwahrscheinlich nicht ganz funktionieren. Oder auch doch, mal sehen, wer da helfen kann. Jedenfalls wird ein Grundstück gesucht, wo ein Gebäude von ungefähr 100 Quadratmetern errichtet werden kann. Ja, und was die Ortsgruppe Borgheide am Wochenende getan hat, da waren die nämlich schon wieder unterwegs, gleich mit unserer Matze zusammen, weil seine Frau, die Anne, ja auch bei der DLRG aktiv ist und ihr Sein Sohn ebenso. Die waren in Kerzin und Matze hat ein kurzes Interview vorbereitet. Herr Liko, ist schön hier auf der Bank zum Sonntagnachmittag, ne? Nach dem harten, heißen Wochenende entspannend. Ja, welches hartes, heißes Wochenende? Die DLRG-Ortsgruppe Borgheide war nämlich in Kerzin und hat dort die Ortsgruppe Nauen der DLRG unterstützt bei der Absicherung des Kerziner Fischerfestes. Was war das zum ersten Mal in diesem Jahr? Dieses Fischerfest gibt es schon länger, aber wir haben das erste Mal die Neuner-Ortsgruppe mit unterstützt bei ihrem Vorhaben, dort diese Absicherung durchzuführen. Was waren genau die Aufgaben, die ihr dort hattet? Die Aufgaben waren ganz einfach, Streife zu laufen und zu schauen, ob irgendwo Personen sich befinden, die Hilfe benötigen. Die Aufgaben waren natürlich auch, den Wasserweg abzusichern, wo wir auch Kameraden mit auf ein Boot hatten, der Ortsgruppe 9, was doch auch bei so einen Kameraden sehr gut angekommen ist. Genau. Mit wie vielen Einsatzkräften wart ihr vor Ort? Wir hatten sechs Erwachsene und zwei Jugendliche dabei. Wo ich richtig stolz bin, dass die mit waren. Ja, das ist auch eine sehr schöne Sache, da die Jugend heranzuführen und mit einzubinden. Was gab es denn alles so zu behandeln an dem Tag? Könnte ich sagen, darf ich nicht. Na, dann gehe ich mal davon aus. Ich war ja dabei, also ich darf es auch nicht sagen, aber es war ein großes Spektrum, was auf jeder Veranstaltung passieren kann. Also es hat jeder seine Erfahrungen dort mitsammeln können, das ist auf jeden Fall gewiss. So viel kann man sagen. Ja, es waren nicht nur kleine Sachen mit einem Schnellverband, es waren auch richtig heftige Einsätze dabei, muss ich sagen. Und das ist ja mal was ganz anderes, als wenn wir hier im Waldwald mal so eine Großübung machen, wo doch alles in Teilen so ein bisschen vorneweg gestellt ist. Dort kommt das ja dann spontan und ohne Voransage. Ja, da muss eigentlich jeder Angriff sitzen, weil irgendwo sind da Menschen in Not, denen geholfen werden muss und das so schnell wie möglich. Und das haben wir, denke ich, noch relativ gut gemeistert. Ja, auch mit dem Boot sehen wir hier noch, konnte da ein bisschen Unterstützung und sogar, also was kann man sagen, draußen auf dem Wasser hat sich auch noch ein Boot festgefahren. Auch da ist der Nils von der DLG Ortsgruppe Nauen dann auch ganz schnell mit eingesprungen und hat auch das Boot in Zusammenarbeit mit einem anderen Bootsführer von der Sandbank runtergezogen. Auch das, ja, gehört nicht direkt zu den Aufgaben, aber wird am Rande auch mit organisiert. Also auch Erste Hilfe für gestrandete Boote an dem Freitag war das. Nee, das war Samstag, das war gestern Abend gewesen. Ja, wie gesagt, die Ortskörperborkheide auf Tour, weil alles, was man hier im Kleinen machen kann, ist natürlich das eine, aber auch richtig vorbereitet sein auf große Einsätze ist natürlich auch ganz wichtig, um allen Eventualitäten auch mal richtig Tribut zollen zu können. Ja, Enrico, haben wir noch was? Ja, was ich loswerden möchte, ist ganz einfach, wir hatten junge Sanitäter dabei, das heißt im Alter von 18 Jahren und Nachwuchssanitäter im Alterbereich von 16 und 17 Jahren. Ich muss sagen, sie sind mächtig ins heiße Wasser geschmissen worden, haben auch ihre Sache super gemacht. Und meinen großen Aspekt, meinen großen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, was ein bisschen schade war für unsere jugendlichen Teilnehmer, dass ab 22 Uhr der Einsatz dann leider verboten wurde, das ist einfach so. Das Ordnungsamt war unterwegs. Das Ordnungsamt war unterwegs, genau. Aber ihr seid auch weit raus aus dem Alter, 16 bis 18 und dann seid ihr auch voll mit dabei. Also auch hier ein herzliches Dankeschön an den Nachwuchs, es ist ganz toll, dass ihr da mitmacht und weiter so. Genau. Bis dahin, ciao. Tschüss von dir. Ja, vielen Dank an die DRG-Ortsgruppe Burgheide und natürlich auch an Matze, dass er das für uns erledigt hat. Ich hatte natürlich keine Zeit, war wieder anderswo unterwegs und zwar unter anderem, da springen wir gleich mal weiter, beim Sport. Jetzt sind wir aber beim Sport noch nicht beim obligatorischen Fußball, da müssen wir später nochmal eingreifen, sondern beim BSV 90 bleiben wir einfach mal und zwar macht nicht nur die DRG-Ortsgruppe Burgheide Schwimmlernkurse, sondern auch der BSV 90 und der nächste Schwimmlernkurs Seepferdchen ist wieder im Anmarsch und das Ganze zwar für Kinder ab fünf Jahren lese ich hier, Start am Donnerstag, den 5.9.2019, immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr, der Zeitraum sind 12 Stunden a 45 Minuten, Teilnehmerbeitrag inklusive Versicherung und Eintritt 120 Euro und das Ganze findet in der Bundeswehrschwimmhalle in Belitz statt. Anmeldung und Information, wie ihr hier lesen könnt, natürlich 070 556 9179 bei frankwiens und frankwiens.t-online.de ist seine E-Mail-Adresse. Ja, das dazu, also wie gesagt, Schwimmlernkurse kann man ja hier im Borkheide richtig viel geben, wenn es hier so viel Wasser gäbe hier bis auf das Waldbad, wäre nicht schlecht. Fußball, ja, ich habe ganz wenig Information zur E-Jugend, die sitzt ja schon im Einsatz, das sind natürlich, die gab es vorher nicht, die E-Jugend spielt, ja, sind die Kinder, die den Nachwuchs stellen für unsere momentan sehr erfolgreichen BSV 90-Herrenmannschaft, die ja, wie ihr wisst, in die erste Liga aufgestiegen ist und am Sonntag ihr erstes Saisonspiel gestartet hat, nicht auf heimischem Boden, diesmal in Potsdam direkt und zwar gegen den SG Eintracht 90 Babelsberg, die in der letzten Saison auf dem mittleren Platz in der Tabelle, also glaube ich, Platz 9 waren sie gewesen, gelandet ist. Der BSV 90 war das erste Mal auf einem Kunstrasenplatz unterwegs und musste sich dort beweisen, war auch gar nicht so schlecht gewesen, ich bin nochmal sehr vorsichtig, denn die erste Halbzeit war perfekt, wirklich perfekt, vier Tore gefallen in der ersten Halbzeit und alle vier für Babelsberg, äh, für Babelsberg hätte ich fast gefaselt, natürlich nicht für Babelsberg, sondern für Borgheide, aber in der zweiten Halbzeit hakelte es doch etwas, aber sagen wir mal so, ich als Nicht-Fachmann möchte das gar nicht so beurteilen, wir überlassen das dem Trainer und hier ist das Video dazu. Ja Markus, Auftaktspiel der Saison 19-20, ihr habt, kann man fast sagen, glücklich gewonnen, obwohl die erste Halbzeit echt dominiert habt, da war so stark gewesen, die zweite Halbzeit irgendwie nicht richtig einen Fuß auf den Boden gekriegt, was sagst du denn dazu? Ja, glücklich sehe ich das nicht, also es war eine super starke erste Halbzeit, ähm, wirklich, äh, guten Fußball gespielt, insbesondere nach vorne, deswegen auch zu Recht 4-0 geführt, vielleicht sogar ein, zwei Tore mehr drin gewesen in der ersten Halbzeit schon, ähm, und dann, ja, zweite Halbzeit, ähm, müssen, muss auch jeder sich selber fragen, warum? Also dann haben wir tatsächlich, wir haben, wir haben aufgehört, Fußball zu spielen ein bisschen, wir haben billige Bälle reingekriegt, zwei Stück dann auch relativ schnell am Anfang, da, wo wir eigentlich dominieren wollten mit dem Ball, haben die spielen lassen, sind nicht mehr genau diese Wege gelaufen, insbesondere auch nicht nach vorne, weshalb wir die Bälle auch verloren haben, ja, das sind alles verlorene Bälle gewesen, die zwei, die wir reingekriegt haben, und, aber glücklich würde ich trotzdem nicht sagen, nee, es war erfolgreich, war gut gewesen, die erste war gut. Kommt noch dazu, was man sagen muss, das erste Mal auf Kunstrasen gespielt, war okay. Ja, ich hoffe, dass Sie es mitnehmen, die sind, da ist die Hälfte der Mannschaft, ist ja irgendwie, oh, Kunstrasen, ganz schlecht und öh und wie, und wir tun jetzt schon die Knochen weh und sowas. Ja klar, es ist ein anderes Gefühl, der Ball springt anders, wir laufen anders, wir merken es anders in den Muskeln, aber es kommt unserem Spiel sehr entgegen, weil wir eine spielerisch starke Mannschaft sind, die kurze Passspiele machen kann, mit immer noch Fehlern drin, aber machen wir sehr gut, und haben technisch starke, gerade im Mittelfeld, in der Innenverteidigung, dann schnelle Leute auf den Außen, dass wir die Bälle in der Tiefe spielen können, und auf so einem Platz kommt es das richtig zugute, deswegen müssen die Leute das unbedingt positiv mitnehmen heute das Spiel, weil es auch noch ein paar Spiele kommen auf Kunstrasen. Was sollen wir sagen, das war das erste Spiel gewonnen, und was wir noch erwähnen wollen, wir hatten natürlich am Dienstag schon ein Freundschaftsspiel gegen Juventus Crew Alpha 2 war das, glaube ich, und 7-1 Yvonne war natürlich auch ein schönes Anwärmspiel gewesen für die Mannschaft, und jetzt erwartet uns am nächsten Wochenende in Burgheide wieder die Mitaufsteiger Niemeck. Genau, also kommt Niemeck, und da nehmen wir uns ordentlich was vor, wir haben im Rückspiel gezeigt, dass wir auf Augenhöhe mit denen spielen können, sogar die stärkere Chance am Ende gehabt, die einfach gemacht werden muss von Benni, und Benni, heute zwei Tore, stark gewesen, da müssen wir beweisen, dass wir jetzt auch wirklich in der nächsten Liga angekommen sind, und da müssen wir mithalten und gegenhalten, weil Niemeck wird eine Rolle spielen, denke ich, dieses Jahr, und wenn wir da gegenhalten und ein gutes Ergebnis mitnehmen, am besten die drei Punkte, dann wissen wir, dass wir auch eine gute Rolle spielen können. Okay, wir freuen uns aufs nächste Wochenende, nochmal herzlichen Glückwunsch und gute Heimfahrt. Ja, dir auch, danke dir. Tschüss. Ciao. Ja, vielen herzlichen Dank, Markus, und natürlich nochmal einen ganz großen Dank an das Fliegerheim, Hotel Fliegerheim, Stefan, dass du uns den Bus wieder, wenn auch kurzfristig, zur Verfügung stellen konntest, denn ihr braucht den natürlich auch für eure Angelegenheiten, dafür ist der angeschafft worden. Wir freuen uns, wenn wir den ab und zu mal nutzen können für Auswärtsspiele. Ganz tolle Sache von euch, wirklich Hut ab und danke. Jo, dann schauen wir uns am Sonntag nochmal Niemeck an, mal schauen, was das wird. Vielleicht schaffen wir das endlich mal gegen Niemeck zu gewinnen. Bis dato war das ja nicht ganz so. Das erste Spiel hatten wir, glaube ich, 3-2 oder so verloren, das zweite 2-2 gewonnen. Und jetzt wäre es mal an der Zeit, ein Spiel zu gewinnen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das 3-2 war. Ist auch nicht so schlimm. Jo, das war's schon für heute, glaube ich. Jetzt fehlt mir nur noch der Matze. Der darf uns hoffentlich nochmal ein ordentliches Sommerwetter vorher sagen. Matthias, was ist zu erwarten? Hallo Lutze, hallo Burgheide, hallo Welt. Ja, was wir gestern Abend hatten, 18 Uhr in Burgheide, ein bisschen Wind und ein bisschen Regen war eigentlich nur der Vorbote dessen, was in Kleistow dann niedergegangen ist. Vermutlich eine Art Fallwind mit bis zu 120 kmh. Möchte ich hier nicht wirklich haben, weil dann wird es auch hier die Bäume umhauen, wie an der Chaussee zwischen Kleistow und Kanin. Ja, ich hoffe mal, das bleibt hier ein Einzelfall, auch in der nächsten Zeit und auch Richtung Herbst. Die kommende Woche wird auf jeden Fall sommerlich wieder erwarten. Haben wir doch nochmal Temperaturen um die 25 Grad bis zu 27 Grad und auch am Wochenende noch 28 Grad möglich. Trotzdem kommen wir in den Nachttemperaturen schon in den unteren zweistelligen Bereich um die 12 bis 15 Grad. Das ist frühmorgens doch mal etwas frisch. Was man frühes anzieht, kann man am Nachmittag wieder weglassen. Aber das sind so die Ausläufer des Augusts. Ja, was darauf die Woche noch so folgt an Wetter, werden wir sehen. Aber unweigerlich wird auch nach dem August dieses Jahr der Sommer wieder zu Ende gehen. So, das war es von hier. Schöne Woche gewünscht. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war es dann schon wieder, wie hier, wie immer hier am Montag. Borkheide News TV, Sonne scheint. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Das war's. Ich wünsche euch euch ein bisschen mehr, wie immer hier am Anfang. Vielen Dank.